U-Play Plus Ubisoft Plus oder wie auch immer das jetzt heißt hat. Und ja, kann man hier pre-ordern? Brauche ich nicht, weil kriege ich ja bei Ubisoft Plus sowieso. Ja. Sechs Stunden remaining. Genau. Das stand davor drei Stunden auch schon. Ähm, folgendes. Ich werde einfach mal auf Play klicken und mal gucken, was passiert. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe noch nie irgendwas damit gemacht. Der Timer da unten seht ihr ja. Eine Stunde habe ich noch. Gut. Ich blende mich aus und wir gucken mal, was passiert, wenn ich Play drücke. Das war's, was passiert. The dawn of capitalism when corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions. und füllen Koffer mit Koffern, die in Blut geblieben sind. Und wo es Blut gibt, gibt es Predator. Wir haben den Exeter verloren. Kapitän Rostler wird uns geholfen. Wir sind sein Autor. genug. Es gab eine Krieg hier. Die Briten sollen hierher gehen. Ich hoffe, das ist nicht das, was von Exeter ist. Kapitän E. Äh, äh, was? Wir sind schon mittendrin. Ich kann mit links und rechts steuern. Okay. Ist das jetzt das Tutorial? Ich hoffe mal. Ich will jetzt nicht irgendwo gegenrammen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo wir hin sollen. Und ich fand es merkwürdig, dass bei den Stimmen immer so ein Pfeil war, der irgendwo hinzeigte. Waren das die Personen aus der Richtung, aus der das kam? Ich weiß es nicht. Aha. Okay. Wait, host the sails? Äh, muss ich den... Den muss ich nicht rammen. Oh ja, hier einmal voll drauf! Hau ab! Was? Okay. Äh, muss ich jetzt drehen oder was? Ich habe keine Ahnung! Wuhu! Nein, das ist nicht... Geht das um das Schiff da oder wohin muss ich? Wohin muss ich eigentlich? Und vor allen Dingen, ich sollte W drücken. Ah, okay. Dann kann ich parken oder was? Das ist, äh... Kann ich mit der... Ja, wenigstens können wir es mit der Maus... Dots. Okay. Jo. Ja, schön. Ich würde gerne auf euch schießen, aber... Geht's um dieses kleine Schiff hier? Um die Engländer? Wo ist der richtig schön drauf, Ramme? Dots. Juhu. Können wir die irgendwo hinschieben? Spiel. Erklär mir doch mal was. Ich bin jemand, der das noch nie gespielt hat. Weil ich drücke zwar W. Oh, nein. Nein, die sind das. Das kann doch wohl nicht angehen. Wo kommen die denn alle her? Nein. Verdammt noch mal. Hallo? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Nein. Sag mal. Verdammt noch mal. Wo kommen die denn alle her? Ich will weg hier. So treffen die uns schlechter. Ich muss mich mal umgucken. Alter, wo kommen die denn alle her? Ich glaube, ich habe die Arschkarte gezogen. Nein. Volle Breitseite. Oh, shit. Was ist das denn? Was? Summer. Go to the battle lines? Das Ding dreht sich schon in Position, um gleich auf mich zu schießen oder was? Alter. Was geht denn hier ab? Ich bin gleich tot. Ja, hier. Volle Breitseite. Haha, daneben. Summer. Was ist denn mit euch los hier? Hau ab. Alter, die können ja auch volle Breitseite von, von, von der Nicht-Breitseite geben. Summer. Vollgas. Summer, warum machen die denn? Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch 55 Minuten machen soll. Oh, hier. Voll. Ja. Haha, hast du deinen eigenen... Yes. Weg ist der Penner. Ich weiß nicht, ich folg dem jetzt einfach. Obwohl, meine Segel sind alle total scheiße. Boah. Ich glaub, ich bin gleich hinüber. Ich weiß noch nicht mal, wie man schießt. Oh, ich kann reinzoomen. Summer. Sag mir doch, dass ich schießen kann. Yo, voll draufhalten. Warum sagt ihr mir das nicht eher? Er kann ja auch auf die anderen da schießen. Oh. Hau ab. Boah. Ich glaub, mein Schiff ist gleich hinüber. Ja. Voll draufschießen, Leute. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Drauf war hinten. Hahaha. Ah. Du kriegst auch noch was. Wuhu. Hab ich da irgendein... Also, mein Schiff sieht echt aus, als würde das gleich aufgeben. Ah. Voll draufhalten. Ja, leck mich. Was wollt ihr denn hier? Wo ist Zimmer denn hier? Hahaha. Ah. Kann ich den nicht entern? Ah. Was? Oh, scheiße. Abhauen. Abhauen. Ja. Wer hätte es gedacht? Ja. Wer hätte es gedacht? Das hat geknallt. Yay. Ähm. Okay. Matchmaking. Das war das Tutorial. Gut. Hat mir keiner gesagt, dass ich auch schießen kann. Aber, äh. Na ja. Ah. 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 Okay, wir können uns eine Hackfresse aussuchen. Mal sehen. Wollen wir der Typ sein? Oder die? Oder der Typ? Oder die? Oder der Typ? Oder die? Oder der Typ? Oder die? Oder der? Oder die? Oder der? Oder die? Hm. Kann man das noch irgendwie customizen? Würde ich nämlich... Okay. Hä? Hä? Ja, ich würde sagen, ich sehe gut aus. Nein, wir können den ganzen Scheiß auch noch anpassen. Genau. Blass. Gibt es denn noch blasser? Ich bin käsig. Ich bin richtig wie Käse. Body-Type. Athletisch? Ich sehe noch nicht mal den Body. Ich sehe nur mein Gesicht. Was soll ich denn wissen? Ja, keine Ahnung. Nehme ich das da mal. Body-Kosmetik. Was? Nein. Nein, 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 nein. Ich wollte noch... Was? Body-Kosmetik. Ne, das ist hässlich. So eine Narbe ist ganz... So eine Narbe? Ja, okay. Können wir scrollen? Was ist das denn? Nehme ich meine, wir sind Piraten. Wir sind Piraten. Ja, hier so ein... Was hat die da am Hals? Ein Salzstreuer oder was ist das? So, nee. Ja, so ein bisschen... So ein bisschen dirty. Augenfarbe. Ein... Ein blindes Auge? Ah, komm, hier nehmen wir... Haar. Haare. Haarfarbe. Ah, hier nehmen wir rot. Was haben wir denn für Frisuren? Oh, nee. Oh, nee. Das ist... Was haben wir denn denn sonst noch für Frisuren? Nein. Definitiv nicht. Das ist zu kurz. Die braucht schon ein bisschen was langes. Ja, das hier. Das nehmen wir. Gesichtshaare. Wir können unserer Frau einen Bart machen. Yay. Die hätte sich vielleicht mal... Nein. Die ist rasiert. Die hat ihren Damenbart unter Kontrolle. So, gut. Mehr gibt's nicht. Das heißt, dann drücken wir mal auf Continue. Ja, ready. We are ready to rule the seas. Ja. I'm a survivor. Kommt, rettet mich. Ich schwimm hier auf ne Tür. Ich bin schon richtig abgemagert, solange schwimm ich da rum. Ich bin schon richtig abgemagert. Ich würde sagen, unsere Fortunen sind auf der Reise, oder? No. Was ist denn da los? Was ist denn da drüben los? Okay. Group privacy changed to invite only. Was ist denn hier los? Und vor allen Dingen... Was war da die ganze Zeit für ein Lärm? Und warum... Okay. Ich muss zum Fragezeichen. Erstmal Gas geben. Keine Ahnung, wie das war. War das W oder S? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ey. Das ist aber jetzt nicht wirklich weit weg, das Land da. Oh, ich bin voll am Heizen hier. Undiscovered. Ja, Summer. Park doch nicht im Weg, du Spacko. Ich muss hier anlegen. So. Welche Taste ist das jetzt? Wie komme ich jetzt hier weg? Ja, Summer. Nein. Wie komme ich denn jetzt... Was ist denn hier Pfeil nach unten? Ich drücke doch nach unten. Disembark. Äh... Äh... Shift, Enter... Welche Taste ist das? Welche Taste soll der Pfeil nach unten sein? Ich habe keinen Controller. See you later. Wechselt bitte nach unten. cuántos und snubh stitchern? Ich bin hier in Skaome.. Ich bin hier in Skaal. Aber grund. Vielen Dank.